Hallo, mein Name ist Uli Kronenberg von anderswohin.de. Für drei Tage war ich im Europa-Park in Rust. Mal schauen, wie die Themenbereiche so rüberkommen. Übernachtet haben wir im Hotel Colosseo. Einem Vier-Sterne-Hotel, das zum Europa-Park gehört und direkt neben dem Freizeitpark liegt. Das Hotel hier, der Innenhof, wurde im Stil des alten Rom gebaut und bringt echt italienisches Flair rüber. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Einem Vier-Sterne-Hotel Spereidigung Vorabschiedigung Wachbar Die Gäste, die aussteigen möchten, bitte nach rechts aussteigen und die Schöne nachdenken. Prochaine Arrêt, Station Almeida. Les Visiteurs, die wollen descendre, sind gebeten, die aussteigen. Achtung! Das war's für mich, ja, also nicht so, nicht so, nicht so, nicht so. Musik Oh shit, oh shit! Oh shit! Oh shit! Look at that bike in the car. Super cool, super cool! Musik Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Willkommen meine Freunde, aber ihr wollt also eine aufregende Geschichte hören? Oui, bien, es war einmal... Wir hatten doch abgemacht, dass ich die Geschichte auf Deutsch erzähle und du auf Französisch übersetzt. Ich habe mich beim Großvater Meistermann einen geeigneten Platz für seinen ersten eigenen Freizeitpark zu führen, den Europa-Bahn. Hey, ihr habt einen Ort für Europa-Bahn. Körnchen. Was denn da? Untertitelung. BR 2018 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 Maestro, quindi te la rinascita italiana! Ah, che bello! 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 Ah, che bello!